steve kannst du gucken ja ich sehe es gegen die zwinge also das also wenn ja es ist ein spiel das ist ein richtiges spiel ja es ist ein richtiges spiel können wir gerne auch mal machen damit man muss nur einer haben deswegen beim ersten mal laden und beim zweiten mal dich wir kennen es ja auch ein bisschen das geht in die richtung in die richtung die leute die das spiel gucken wollen schick dir das mal über das ist ein paar jahre alt schon es hat mehr oder weniger das kannst du halt mit an das kann es halt mit freunden spielen also es geht halt darum eine frage wird gestellt du musst halt einschätzen es ist aber noch in seinen jungen jahren und du musst halt einschätzen was was er auf den anderen zutrifft du musst quasi seinen kumpel oder sonst was je nach einstellung halt einschätzen können also beschreiben quasi ja genau was würde er eher nehmen weißt du hund oder katze zum beispiel ein hund ja genau solche fragen okay hier sind schlüssel nein das sehe ich das sind aber heute da freut mich auch deswegen bei mir in das drin okay victor so trägt victor ich habe es der kinder weg können das ist nicht das sind das sind doch gewissen zwilling ja trotzdem der dinge haben wir müssen auch irgendwie melden gehabt haben und nehmen okay also der eine sagt war kein sinn der eine ist afk oh gott ich bin in der falle da wird red ich zu uns wir machen das da bin ich nein das war ein nein der jungen der jungen europa ist so schnell ich bin bloß jung habe ich nicht heute die um so mit dem spiel das hat sie echt das ist eigentlich ganz geil so für mehrere was scheiß ich habe ein paar noch nicht rausgenommen schmutzpörse oder ja ich habe noch dieses blöde pferd drin der bieten ein ja nicht nein es ist der erste mal dass ich gegen die zwilling gespiele bei der wahl denn dann soll ich habe noch dieses blöde pferd bei mir erst das zweite mal also wir sind auch noch ziemlich neu dabei aber ich habe die anzeige nicht bekommen hier ist es schon frech aber afk random das ist halt schmutz für david im schnellen lasse ich nicht aufhängen ich nehme die vier prozent ja einmal jetzt immer noch gepasst keine neue richtung wieder renne die richtung hat glaube ich viktor im start naja also kannst dich heilen oder solche im schnell wir schaffen das machen ok ja viktor hat mich ich habe viktor weg weggetreten heilschne he 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 ey die anderen retten wir nicht oder? nö schwierig für die points kannst du punkt holen kommt ich tank renne da andere richtung nein david verfolge mich du kannst da wieder aufheben sven ich bin gerade in der andere richtung ja aber damit ist wichtiger als kack random ja jetzt muss ich aber umdrehe ich mache was da ja david ich hole dich die kommt wieder nene die ist ja in der schule die jagt mich ok alles gut naja alles gut kannst du david in ruhe heilen heil mal komplett durch schnetti mit doodle die ich bin tot ok ich bin total okay ich bin tot ich bin tot sind wir hier in der schule die wird mich hinter der schule aufhängt rennen jetzt dahin wo david ungefähr das erste mal lag und die richtung hat lasst den viktor losgelassen ja victor sitzt auf der rechten seite beim tor rechte seite also nicht hier könnte es machen kannst mich abhängen erst mal weg komm mal hier direkt hier rein komm her schütte mcdoodle nee das ist der rummelnde kobold kommt wieder an er ist in den keller gelaufen weil er kacke ist ja weil ich da unten bin was schreckt es doch nicht so kacke wir sind von den killern gegangen macht da jetzt weiter ohne leute wenn ich mir mal so kann okay wie weitest du fertig okay genau jetzt ja sven geh mal in meine richtung ok da bricht dir nichts aber geh mal in das nächste haus und da in den keller da kannst du mich dann halten so braun ist aus ja genau nein als ob man nicht mehr auf die zukunft scheining du darfst nicht immer so depressiv sein mann du schreibst immer so als als wärst du komplett depressiv wenn niemand mit dir was macht nehmt ist doch mal alles ein bisschen positiver wir machen ja was mit ihr es gibt halt auch spiele die wir halt auch nur mit anderen spielen ich weiß nicht jedes spiel mit jannik und sven weil die spiel das beide nicht wo dass der weg von mir vorbeigelaufen ja da will ich versuchte zu kommen ja let it go let it go wir gleich da 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 kriegt was bei mir Sven du kannst es schaffen der geil geile Kubo ist bei mir durch verdammt die Olle ist bei uns Sven Sven komm 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 bei mir hinterher Böses kack du bist kackend läuft ihr jetzt wenn hinterher Sven die stand direkt neben uns ich hab die nicht gesehen weil ich den links geguckt habe was macht die jetzt Infos die alt ist bei uns so oder nicht ja jagt die dich bei mir bei mir bei David ok nein doch nicht bei mir hä ich hab's ich hab's schuld und ich hab's gehört ach die ist hinter mir oder ich vielleicht da bist du vollgehalten können wir dich einmal aufheben die hat ihr das Vektor losgelebt nein ich bin ich bin Sven ja ich bin weggekrochen versuch's scheiße schleiß man sehr schön machen wir halt durch halt durch ja David darf nicht mehr hängen deswegen ich gebe ihnen den Bonus jetzt jetzt jannik mal jetzt punkte geil geil okay die pipel ist auf jeden Fall vermieden glaub ich ja glaub ich ja 3er Match ähm und dann noch 4 Gens klingt ganz gut ja ein Gämmen ist mir noch hm die wird jetzt hier einfach ablaufen früher oder später will sie uns finden gab's hier unten nicht offen gell? die ist bei mir in der Ecke das kann sein aber entweder unten oder oben ah ok die ist bei mir in der Ecke gewesen oh da geht geile Striche läuft hier in der Schule rum ey ja geil ich bin auch in der Schule ich meine ja so Sven zurück in die Schule nice kann das sein oh nein oh nein das ist die kleine Schulmap oh nee hier gibt's auch einen Groß ja die gibt's mit Häusern und ohne oh da gibt's ja verschiedene Varianten du musst ja es gibt einmal mit und einmal ohne mhm Fähigkeitschecksache bei mir maximal nice aber gut es gibt ein es gibt ein weiteres Gebäude hier mhm ok die alte kommt ne der Geld da ist der Kobold jetzt zieh durch jetzt zieh durch jetzt zieh durch jetzt zieh durch jetzt zieh Sven der Stricher kommt habt nicht gezogen der Stricher fahr die alte böses Kind wir können ja beide spielen ja wenn die Viktor loslässt Viktor bleibt er tropft ja mit dem Nacken weißt du die alte kommt die alte kommt die alte kommt die alte kommt ich mach auf vor der Schule also direkt vor der Schule ich mach genau den anderen Eingang auf ok Sven lauf weg such den Ausgang aus ist auf ist auf ja kannst du auch aufmachen ok ich komm durch ich komm nice hast du geschafft Sven ich bin raus ich bin beim Ausgang du many die hat mich gleich ich bin raus oh nice oh krass Sven Sven ist so trotz random trotz random das war ne nice runde schlechter Killer auf jeden Fall wer weiß dafür aber wir haben es geil gemacht fand ich ja auf jeden Fall ja 17er Killer so gg pipp und dann und dann kannst du richtig losgehen alter ja ich hab gestern mal Ozu gespielt bist du richtig ready was hast du gespielt Ozu alter Ozu hab ich gestern mal angespielt Ozu Junge das ist so ein Rhythmospiel ja so mit Musik Musik und so ich hab's nicht ich hab kein Lied geschafft was musst du da machen also du musst ganz viele Sachen machen mit der Maus du musst quasi immer die Sachen so Tastatur und Maus nehmen oder ein Pad je nachdem was du so hast und dann musst du quasi ähm Bewegung machen ziehen drücken gedrückt halten was irgendwie halt Sven sagen wir's mal so Sven das spielen Japaner wenn ihnen langweilig ist ja klar aber spielt das cool und zwar auf einer Geschwindigkeit wie Sonic der Headshot normalerweise am Tag legt Leute ja ich hab easy gespielt ich hab's nicht geschafft also was ich immer spielen wollte ja war dieses Light Saber oder wie das heißt und dann hat ein VR Speedling die hier Speedling ja 20 Euro was hast du das denn? ja geil dieses Light Saber was ein VR Spiel ist das was ich immer spiele 35 Euro maximal wie sie schon mal Peter auch ein Bruch er wussten die sind mit das ist ein so wie der Opelge gewählt so oder Lennart ähm ähm äh 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 ob ist das gar nicht du ja nicht bist du das wäre ich mache gerne okay dann habe ich den rennen gestört und da wird auch gestört von dem land direkt eine umschulung ist belastend direkt eine umschulung machen ach das ist halt hart pro belastend wegen seiner rückenkrankheit das ist halt wirklich scheiße das ist ja krass bei der oben und bei der umschulung verdienst ja nicht mehr geld also auch kacke heimlich machen du guckst ob die kommt okay ja die kommt ich gleich wieder um danke zu werden warte brauchst du gar nicht versuchen ich habe wird mich jetzt verarschen ist ein dream team wenn ich ja mal ein gemeinsames projekt hier machen react drauf ja wenn es wird mitmachen würde ich kann ja nichts dafür dass die tunne ja alles klar tonne ich krieg kein püpp die püpp soll ich hiebe vom haken haben und jetzt du weg ja mache ich auch du rennst ich ich hielt durch ja ich hänge erst mal guck ich hab ja okay ich bin im haupthaus ist da jemand ich bin in nähe vom haupthaus ja nicht ich bin mal in den garten da ist niemand ich gehe mal ins haupthaus ich bin im flur ich habe geliehen im zweifelsfall ich habe zu zweimal david fang die kommt glaube ich gleich ich sollte erklären wie du unter den umständen der neuen pc und das ist ein spiel auch der umschulung mit umschulung bekommst du ja nichts bezahlt das ist das problem also sonst würde ich sagen ja nimmst du halt 150 euro im monat trotzdem in die hand preis drauf ja kacke i need help kommt in das haupthaus kommt nicht ins haupthaus i need help kommt wieder ins haupthaus das ist halt wirklich scheiße ey bruder kannst du mich hochheilen hallo haupthaus ist kacke die holt mich ne ich mich ok janik ich werde getats scheiße ich bin beim haupthaus ja beim aber nicht im haupthaus auf die andere seite kein ding für dich beim schreien kein schwester wie die läuft auch erstmals zu den beiden du ließ in richtung schreien natürlich david ich wollte ja du es würde so sagen kein stress für dich was gut was den die hat noch auf mich geworfen ja weil du so fies warst du david die mag keine fieslinge noch ist sie bei bei mir die läuft jetzt richtung haupthaus zu david quasi ins haupthaus ist jetzt reingelaufen und biegt weißt du tendenz nach rechts zu mir naja anderer billi hängt mich ab er hat den der den gen kaputt gemacht er hat mich gesehen der mit nein die kommt zu euch schaffst du billi sein mann ja 22 beiden gebäuden also drei sind in der nähe vom haupthaus ah ok ein bisschen doof ist ja einen mach ich gerade ja ich seh dich ich seh dich haben wir wieder ein bisschen doof gemacht wegen der aufteilung ja jetzt müssen alle jetzt auf der seite sein ja sie hat mich gesehen ja sie hat mich gesehen alles gut ah ansichtssache wahrscheinlich warum ist die so schnell die alte weil die so lieb hat ich bin im haupthaus also rostner sollte man da drin sein aber wir sind in der mitte vom haupthaus also außen zu zweit jetzt auf die rechte seite ist die billi gang macht er auch gemeinsam gehen billi nein ich weiß noch wo ein gen steht der nicht beim haupthaus ist by the way das ist gut das ist nämlich der einzige der hier noch steht der nicht beim haupthaus ist aber der ist so offensichtlich ein gen noch versuchte mich im wechsel zu locken ich soll nur sagen ich will nur mit ihr abends läuft ganz in der ecke bin ich gut noch mal daneben geschlagen ich bin weil ich so krass bin noch mal ausgewichen weil ich so wild bin wenn du das durch ziehst kriege ich den gen noch fertig unser gen hat 80 ja 80 90 gehe ich zum ausgang bin tot und fertig bin ich tot Ehre noch mal ausgewichen ich mache den ganz hinteren ausgang auf ich mache den seitlichen hol sie eine neue Echse wilde nummer billi 2 ist auch da krass ich mache den beim haupthaus den ausgang mache ich auf ok sie kommt ich mache den gegenüber auf hab Luca gefunden beim schreien im übrigen Oh sie outplayt mich guck auf der gegenüber ist offen also fast also halt ne mhm ah seh das Hi David ja das krasse ist es gibt halt für das gibt es halt nur Crossplay über xbox Hi David Hi Ist der Ausgang auf? Theoretisch der Andere ist auf Andere ist theoretisch auch David ich seh dich ok Ok ja ich renne alles gut ok mach jetzt den ausgang auf und renne raus tut mir leid naja rauf ja nice nice ich bin raus hallo in dem fall bei dem game leider nicht ist das problem da gibt es aktuell nur xbox hehehe wer ist der keller von uns beiden he hehehe geil nochmal daneben nice wieder dank 12 nice David geradeaus Yannick ja 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 danke alles fürs mitnehmen hehehe hehehe oh god hehehe hehehe der der took aber geil hehehe hehehe sie hat sie mehr extra mit vorbeigeworfen hehehe 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 deswegen sag ich ja weißt du Hand heute fährt perfekt Swinister hehehe hehehe When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from me.